So, dann starten wir den Fuß hoch Nr. 2. Ja, wir spielen Black Ops 3 im Koop. Kleine technische Schwierigkeiten hatten wir gehabt. Das Topolomeum hat sich alles auf keine gesetzt, keine Ahnung warum. Jetzt scheint es zu gehen und wir versuchen es einfach nochmal. Zweite Runde, zweites Glück, gell? Black Ops, so, geht los. Genau. Jetzt, Fachmission starten. Normal, dachte ich, kommt da immer ein Video. Ja, er lädt ja jetzt hier mit so einem komischen Bildschirm da. Mitte so ein blaues Zeichen und das ist aber, hat angefangen zu ruckeln. Das ist jetzt ohne... So, wirds ändern. Speichert. Hier ist gespeichert. Was? Bist? Da unten bist du. Ah. Ja. Was machst du hier? Ach, hast du auch deinen Charakter geändert? Nix. Ne, hier kann man auch noch nichts machen, weil das müssen wir alles, da kann man hier freischalten. Kann man hier wieder wohl zurück und sich das alles angucken. Okay, man kann sich jetzt die Waffe ändern. Gut. Ja, und ich würde sagen, wir starten, ne? Ausrüstung. Überkehren, wechseln, Kontroll kehren. Chaos kehren, was ist das denn? Nachkampf basierter auf die Machtmöglichkeit zur Manipulation und Kontrolle feindlich erlitten. Weitung für die psychologische Kriegsführung, damit sich die Ausrüstung deiner Feindes gegen ihn wendet. Ne, ich ne Kampfkunst. So, Waffen lassen wir alles so. So. Ordnung. Wo ist hier bereit? Die Mission startet in 50 Sekunden. Ja, ich muss das Waffen-Set anklicken, jetzt so. Okay. Na klar. So, ich mach nochmal die Skarette. Ich mach ein Video. Menschliche Bio-Augmentierung ist in der entwickelten Welt mittlerweile Gang und Gäbe. Das schiere Ausmaß der Katastrophe hat die Behörden überfordert. Superstürme setzen der Region zu und erschweren die Hilfsbemühungen. Es sind unsichere Zeiten. Unsere Zukunft hängt von unseren Entscheidungen ab. Mit der stetig wachsenden Bevölkerung entstehen überall auf der Welt Megastädte. Die extremen Bedingungen führten zu einem Exodus vertriebener Einwohner. VR-Basen waren heute Morgen alarmiert. Direktenergie-Antidrohnensysteme haben den Angriff sofort abgewendet. Protestierende und Einheimische gerieten einander und es gab erneut Blutvergießen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist ein neuer, kalter Krieg. Wir sehen unsere Feinde zwar nicht immer, aber sie sind da draußen. Mein Name ist Jacob Hendricks. Der neue Anführer. Das ist der ägyptische Minister Said. Das NRC nahm ihn vor zwei Tagen gefangen. Nach den Aufständen in Kairo wollen sie ein Exempel an ihm statuieren. Ihn bestrafen. Aber das werden wir nicht zulassen. Damit das klar ist, wenn was schief läuft, hat es euch nie gegeben. Das NRC ist bald hier. Etwa eine Minute. Wir brauchen die Mutter aller Ablenkungen. Die Mutter aller Ablenkungen. Ja. Tower, den ganzen Verkehr von Landebahn 19 umleiten. Verstanden. Leitet zu Landebahn 11 um. Frachter 4019. Wir haben einen Treibstoffbrand auf Landebahn 19. Kursänderung für Landung auf Landebahn 11. Bestätigen. Hey! Wieso ist die jetzt los? Bestätigt. Anflug Landebahn 11. Okay, jetzt du. Okay. Hacker-Modul platziert. Kalibriere die Dead-Zielerfassung neu. Na super. Dead-Manuelle Überbrückung. Bitte Ziel wählen. Eingabe bestätigt. Zielparameter akzeptiert. Tower. Wir werden anvisiert. Wir sind Verbündete des LRC. Hier sieht alles gut aus. Mögliche Fehlfunktion bei euch? Jetzt schießen! Feuere! Geldkreis-Zieler. Feuer! Landauke abbrechen! Oh, scheiße! Runter! Bam! Erledigen wir das! Okay. Taylor! Ablenkung läuft! Vogel am Boden! Ich bestätigt. Wachen rücken aus, um auf den Absturz zu reagieren. Weiter zum Paket. Schnappt ihn euch, bevor ihr auspackt. Oder Schlimmeres. Okay. Sehen uns beim Treffpunkt. Verstanden. Das hier? Ah, da ist ein Sammelstift. So lange wir mit niemandem reden müssen. Dann halt einfach die Klappe. Die Sicherheitsstation liegt auf dem Weg. In den Tunneln. Dort können wir den genauen Standort des Ministers bestimmen. Köpfe und Waffen runter. Bleib cool. Bis wir ihn haben. Ich folge dir. Aber doch schon mit 60 Bilder. Ja. Oh ja, der hat voll niedergemacht. Ja, toll. Jetzt bin ich hier eingeklemmt, oder was? Wollte ich was sagen. Eingeklemmt. Naja. Hauptsache, die schießen nicht, ne? Die kriegen das nicht mit, dass wir hier dann auch... Dass wir eigentlich feindlich sind. Nö, die haben wir uns auch nicht gesehen. Noch nicht. Ist doch gut so. Taylor, sind an der Sicherheitsstation. Werden sie kontrollieren. Verstanden, Hendrix. Los, tun wir es. Bereit, wenn du es bist. Nö. Deaktiviere die Alarmsysteme auf dieser Ebene. Finde den Minister. Taylor, scanne nach Paket. Warte auf die Gesichtserkennung. Weitere Geiseln. Ich dachte, es wäre nur der Minister. Ich auch. Arme Schweine. Das NRC ist für seine Brutalität bekannt. Alter. Oh, what a quality. Wusstest du von den anderen Gefangenen? Der Minister hat oberste Priorität. Verstanden. Überprüft den nächsten. Lassen wir sie zur Folter zurück? Wir haben unsere Befehle. Kein Treffer. Das ist er. Der Minister. Er wird verlegt. Wir müssen rauskriegen, wo sie ihn hinbringen. Bingo. Volltreffer. Sind unterwegs. Ankunft. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Ich stoppe dich. Der Mistkerl war nie witzig. Du klingst wie die Stimme der Erfahrung persönlich. Glaub mir, die bin ich. Ich bin ein wenig. Das ist schon auf 100 Schütze oben Eieiei 5 Das ist so knapp Ich bin down Ich habe nicht gedacht Scheisse Kartoffeln ich weiß nicht, die ganze Zeit die Granate des Metzenwerbers weißt du, du kannst ne Granate mehr ey Freifol von hinten an ich kann auch ne Granate schmeißen oh falsch, falsch ist Mist machen sie jetzt aber auch hier unten, ne? Schellenblock voraus, mir nach doch da oben lag alles klar ich geh vor, du brichst da ein wir taten nur, was wir tun mussten ich kann nicht Verhörer mit dem Rücken zur Tür zwei Wachen drinnen, nicht aufmerksam nicht auf mein Zeichen drei zwei los wir holen sie hier raus voll tun sie was ich sage, dann schaffen sie's was ist mit Khalil? und den anderen? sorry, keine Zeit Khalil war ein Held des Kairo-Aufstands sie wissen, wie wertvoll er für ihre Propaganda ist sie wollen ein Exempel statuieren hier ist noch ein Sammelstück Luca Sammelstück? öffne die Tür, gebe Deckung ne, hab ich anscheinend schon wo ich schneide den armen Kerl ab ich schneide den armen Kerl ab Minister! Khalil! Hendricks! können sie kämpfen, Khalil immer wir nehmen eine Waffe aus dem Schrank da vorne und programmieren sie auf die Biometrie Klingt als wären sie uns auf dem Fersen! Los! Taylor! Paket Plus Eins gesichert und unterwegs! Plus Eins? Dein Auftrag war den Minister zu befreien! Sein Name ist Lieutenant Khalil schon mal gehört? Los jetzt! Wir sehen uns oben! Das Depot da vorne ist schwer bewacht! Macht euch bereit! Bitte! Elft uns! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Ich schalte das NRC aus, damit wir nach oben können. Ich zieht keiner, ich bin unzuschrankt. Dann wären wir tot. Glaubt mir, wir sind tot, wenn nicht. Jawohl. Schön wär's. Deine imaginäre Uhr geht vor. Schön, dich zu sehen, Jacob. Gleichfalls, John. Du hast dich verändert. Wie geht's, Rachel? Das ist vorbei. Schade. Frisches Blut? Kümmerst du dich so gut drum wie um mich? Das ist nicht witzig. Bereit zur Extraktion? Sprengsätze klar. Okay, wir können los. Bereit in zehn. Diaz, du spielst den Babysitter. Los geht's. Folgt mir. Zum nächsten Hangar. Geht zu mir. Bitte in die Hauptstraße. Bitte in die Hauptstraße. Rückzug, Rückzug, formieren! Unsere Waffen sind nutzlos gegen den Transporter! Boah! Jawoll! Ideas bin in Position! Verstanden! Hendricks, trifft dich mit Hall auf der anderen Seite des Angers! Versuch mitzuhalten! Der Kampfhagen gehört mir! In Bedeckung! Geht zur Brücke! Ich lenke sie ab! Verhältlich übernimmt euch ab hier! Extraktion direkt hinter der Brücke! Sie sind uns immer noch auf den Felsen! Wir haben Sprengsätze in der Basis platziert! Unsere Extraktion zu tarnen! Wir finden sie hinter uns! Niemand folgt uns! Die Wagen versperren uns dem Lieb zur Extraktion! Zurück! Jawoll! Verstärkung! Auf der Brücke! Was ist der Plan? Jawoll! Brücke sprengen! Geht zur sekundären Extraktion! Jawoll! Boah! Die Extraktion ist gefährdet! Weiter zur sekundären! Verstanden! Treffen bei Hotel Tango! Wir benutzen die Transporter! Verstanden! Greife auf die Elektrik des Gebäudes zu! Achtung! Viele Feinde im Kommunikationsraum! Lichter aus! Was? Sollen wir jetzt im Dunkeln kämpfen? Sowas ähnliches! Sende die Taktikdaten an den Hart! Denkt dran! Sie haben keine Nachtsicht! Langsam vorgehen! Und eliminieren! Wir sind hier ungeschützt! Begegnung! Boah! Deaktiviere das Taktikbild! Jawoll! Cool, cool! Spaß! Was jetzt? Das VTOL setzt uns fest! Ruhig! Nicht schießen! Er gehört mir! Geil! Jetzt stürzt ab, ja! Taylor! Super! Stattal 2 Team, ist für die Extraktion zurück! Es ist jetzt einfacher! Was, Taylor?! Extraktion beim Satelliten-Turm! Wir knappen uns ein Fahrzeug und bringen euch zur Extraktion! Hast mir nicht geantwortet! Seite reißen! Los! Sekundärer Route ist nach vorne! Verbündet Anwurs! Verbündet Anwurs! Verbündet An! Oh, jetzt wird's geil. Ich bin stille Hasig. Wie ruht das dann nur? Wir müssen die Tür öffnen, jetzt! Mit Durchdeckung! Leider, los, los! Wir sind zur Instanktion! Wir kümmern uns um die Roboter! Rein, rein, rein! Oh! Taylor, wir sind sicher und können jetzt übernehmen. Du könntest die anderen, die Geiseln, befreien. Sie haben keine Priorität. Vielleicht nicht, aber es sind immer noch Menschen. Verdammt! Oder hast du dich so verändert, dass du nicht mehr weißt, wie sich das anfühlt? Wir müssen doch auch hier um die Anstrengung. Okay. Hendrix, dein Team bringt den Minister zur Extraktion. Wir gehen zurück und holen die Geiseln. Mehr Roboter! Ach, keine Sorge deswegen. Wir sind dafür ausgerüstet. Los, verschwindet hier! Ja? Komm ich jetzt hier rein? Ich bin am Steuer. Geh ans Geschütz! Na. Gut. Da. Bereit machen! Ein Haufen KRs nähert sich unsrer Position. Einfach mal drauf losballern. Jawoll. Geht noch nicht den Geist auf. Hohoho. Geht hier die Farbe ab. Oh Gott. Er ist tot. Geht hier. Oh. 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 Unser Transport. Extraktionskapsel 1 unterwegs. Durchhalten da unten. Die Kapsel ausgeklinkt. Extraktionsluftraum nicht sicher. Drohne macht einen zweiten Überfluss. Verteidig. Sind Sie okay? Können Sie laufen? Bin okay. Bin okay. Bitte bringen Sie mich nur hier raus. Wir müssen weg. Was finden wir von hier? Halt sie zurück. Halt sie zurück. Wir bringen den Minister in Position. Halt sie zurück. Wir sind fast hier raus. Der Minister ist fast sicher. Lenkt das NRC weiter ab. Oh. 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 Oh, 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 oh. Ja, das war die erste Folge. Wir sagen ciao, ciao, bis zur nächsten.